hallo und Herzlich Willkommen liebe Freunde zu Howtoswive2 und es geht auch direkt weiter ich habe nichts versäumt. Wir sind hier gerade an der Stadt angekommen und da ist mein Knüppel partner der alles verkloppt der Onkel Alter du warst aber bestimmt mal in der Oper oder? Ich werde doch zu Oper Ich werde schon zum Oper Okay, oh ja, weiter geht's. Geil! Also, gefällt mir sehr geil das Spiel, muss ich sagen, liebe Leute. Also ein richtiges geiles Knöppel-Weghau-Game. Aber das eins ist, was ich ein bisschen schade finde, man muss echt aufpassen, man kann nicht zu zweit auf einen Zombie knöppeln, weil dann ist der eine sofort fast K.O., würde ich sagen. Ist halt ein bisschen schade. Aber sonst kann man nichts sagen. Finde ich persönlich gar nicht schlecht, weil es ist nun mal so. Wenn ich nun mal mit einem Knöppel rumhaue und wenn ich auf den Gegner, das passiert auch nicht, wenn ich nun mal mit zwei Knöppel auf einen Gegner rumhaue und man haut nun mal daneben oder so, dann haut man nun mal seinen Kumpel. Kommt das denn öfters vor, dass du mit dem Knöppel unterwegs bist draußen? Ne, du nimmst die Bratwanne. Meistens. Und vielleicht die Brechstange. Ist egal, hier haben wir genug Zombies. Jetzt habe ich auch ein bisschen was zu tun hier. Es werden hier noch viel mehr, denke ich mal. Es wird ja nicht dabei bleiben. Oh Leute, stellt euch mal gerade folgende Situation vor. Wir sind hier gerade in einer Welt voller Zombies. Wir wissen überhaupt nicht, was los ist. Und es riecht auch nach The Walking Dead. Richtig. Boah, hätte ich ja richtig Bock jetzt so. Das hat gerade so ein bisschen das Feeling. Ich stelle es mir einfach vor. Ist da ein anderes Spiel? Aber ich stelle es mir gerade trotzdem vor. Ich bin der Wick oder der... Ich bin der Wick. Ich bin der Cop. Hallo! Direkt mal ein Knöppel. Ne, äh, weißt du wer ich bin? Ich bin Onkel. Ich bin Onkel. Gut, dann bleib ich bei Rewano. Will kein anderes sein. Achso, ich muss gerade die Karte gucken. Da ist Sackgasse. Komm mal mit. Ne, ich komm nicht mit. Ich will ja überall looten. Und deswegen... Guck mal, da hinten sind auch noch Zombies. Ich will... Mich schild an so einem Level. Oh, oh, oh. Okay, okay. Oh, Mann. Scheiße. Also einmal schlagen und dann ist auch gleich direkt Feierabend, ne? Ja, aber man weiß es ja vorher. Und er macht es trotzdem. Achso... Mann, ich... Das ist so... Weißt du, wenn ich da ein Zombies sehe, dann will ich drauf prügeln. Da juckt immer die Finger. Die linke Maustaste. Ey, geil. Guck mal, der klettert da raus. Oh, guck mal. Der kriegt direkt dann auf den Kopf hier. Komm mal her. Ich geh mal rein in den Laden, gucke. Hm. Ich finde das cool aufgeteilt hier, dass sich das so auflöst, wenn du dann irgendwo bist. Ah, da war was. Nehmen. Nylongarm. Da heißt, ich kann wieder bestimmt wieder so einen Bogen machen. Muss ich mal gucken, dass ich nachher irgendwie, ähm, ein paar Feiling kriege. Und wir müssen immer auf die Essensanzeige achten. 54, du hast. Jetzt ist ja gerade die Frage. Ich habe überhaupt noch nichts zu trinken gefunden. Ich weiß nicht, ob man jetzt Sachen miteinander tauschen kann oder so. Das weiß ich nicht. Ah, ich habe eine Wasserflasche gefunden. Alles klar. Hat sich dann schon gleich erledigt mit dem Durst. Wie viel Prozent hast du Durst? Weiß ich jetzt gar nicht. Das ist aber gerade eine komische Musik. Mhm. Wenn du gleich X drückst, kannst du mal gucken, weil sonst gebe ich dir das. Ich habe gar nichts. Dann müssen wir uns halt. Ich habe 72, äh, 54 Prozent Durst. Aber ich muss dazu sagen. Genau wie ich. Also dann. Ich habe auch hier orange gesagt. Ich kann selber trinken. Ah, okay. Dann haue ich mir das mal rein. Jetzt habe ich 54. 78. Also ungefähr 20 Prozent. Nein, nein, nein. 90 Prozent. Da bist du ja. Cool. Hallo. So. Mega geil. Also finde ich die Grafik und alles echt cool gemacht. Und das mit dem Looten. Also wir müssen jetzt eine Ölflasche suchen, ne? Ja, wahrscheinlich denke ich mal so irgendwo. Oh, 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 okay. Wir haben ein Problem. Warum? Zehn, zehn Zombies da unten. Die kommen hoch. Hier, komm zu mir. Okay, direkt mal wegknüppeln. Sehr schön. Ah, die Zombies lassen ab und zu mal was fallen, ne? Also sind ganz interessant. Muss ich gerade mal gucken. Weiß ich gerade nicht, wo der Onkel ist da oben. Der ist schon weiter gelaufen, okay? Ne, ich bin unten. Ich bin über den Balkon runter gesprungen. Hmm. Deswegen kann ich die Zombies jetzt von hinten nehmen. Von hinten weg. Wegholen. Hm, hm. Du nimmst. Erzähl mir bitte mehr, ja? Was du mit den Zombies sagst. Ja, das wird ja mal wieder genau wissen, ne? Ja, wenn das... Das war eine ausschlagkräftige Antwort. Das war ja... Fragekräftigen Antwort. Was habe ich jetzt gesagt? Ausschlag. Ja, du hast Ausschlag. Keine Ahnung. Oh, das ist vielleicht ja. Ich habe Ausschlag. Ich müsste mit meinem Knüppel ausschlagen. Ah, da oben rennt einer. Guck mal, guck mal, guck mal. Den haue ich jetzt vom Auto runter. Hier, du Dreckschwein. Wenn ich mit dir fertig bin, weißt du nichts mehr. Der ist auf dem Auto. Müsste rein theoretisch da hoch. Hm. Ja. Kommt der dann nicht runter, der Dreckschwein. Das. Das Dreckschwein. Alter. Ah, der kommt selber runter. Okay, cool. Ah, ist schön, dass ich auch noch ein bisschen mithelfen kann bei unserem schweren Deutsch. Hm. Er ist ja erst vor einem halben Jahr hinzugezogen hier. Ja. Kam aus, kam aus Polen. Äh, ich. Ne, ne. Und, äh, ja. Und deswegen, es hat er immer noch Problemchen Deutsch zu sprechen. Ich, ich, ich spreche nicht so auf die Stöhne, man. Äh, äh. 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 Der zeigt auf mich die Dreckschwein. Kannst du mich bitte wieder aufheben? Mann, was legst du dich denn dauernd hin? Ich helfe dir. Ich bin der einzige, der hier, ne, nett spielt, also Koop spielt. Ich spiel auch nett. Das war mein Zombie. Du bist angerannt gekommen. Und du bist in meinen Knüppel förmlich reingerannt. Geh weg. Äh, da kommt einer. Guck mal, da kommt ein Zombie. Was machst du eigentlich? Hier sind überall Heilpflanzen. Und hier hat man so Sachen. Du sammelst ja gar nichts. Was machst du? Doch, ich hab, ich hab richtig viel eingesammelt. Ich hab den ganzen Laden leergeräumt. So. Erstmal die Zombies töten. Das ist ganz wichtig, mein Freund. Weil dann kriegst du nämlich, ähm. Oh, wir haben. Ich hab die Ölflasche gefunden. Ja, aber wir blühen noch ein bisschen, oder? Mhm. Klar. Ich hab hier übelste geile Sachen, gibt's hier im Angebot. Ah, da. Ich hab auch ganz viel Stoffstücke. Also finde ich immer sehr interessant. Mhm. Ah, Nägel hab ich. Da ist noch was. Was ist das? Dose mit Erbsen. Ah. Da kann ich ein bisschen was essen. Hau ich mir da mal rein. Ein paar Erbsen. Ja, meine lieben Freunde. Das Spiel macht schon echt Spaß. Man muss aber wegen dem Loot, muss man genau hingucken. Die sind also, sind zwar schon am leuchten die Sachen, aber nicht gerade so auffällig, würde ich behaupten. Guck mal, da ist, da ist grad ein Zombie, da ist grad ein Zombie, der Balkon runtergefallen. Das war lustig. Mhm. Hm. Aber wenn ich mir jetzt dran vorstelle, die ganze Mission nochmal zu machen, also würde ich ganz ehrlich sagen, weil es hat sich ja eh nichts getan, wir machen einfach dann kriegst du einfach auch weiter. Ah, ein Geheimgang. Alter, die Stöber. Dose mit Camp Beef oder sowas stand da. Und ne Limo Dose, cool. Wie kann ich denn zwischen den Sachen switchen da unten? Weiß ich nicht, was da in der Taste dazu ist. Ich kanns mit rechts und links. Aber wie du das kannst, keine Ahnung. Muss ich vielleicht doch noch später nochmal, ähm. Du kannst einfach ne Tastenbelegung gucken, du nimmst doch nicht auf. Mh. 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 Muss ich da mal machen. Schmerzmitleid gefunden. Geil. Bin ja voll durchgecraftet jetzt hier. Da ist der Balkon. Kann ich hier runter springen? Jo. Was ist hier oben so nix mehr? Warte, hier ist noch ein Zombie. Hey. Da sind noch zwei Gebäude, wo man rein kann. Ne. Gehörst du dich leider? Mh. Ist ein Parkplatz, ne? Ja, ist ein Parkplatz. Mit den ganzen kaputten Häusern. Mh. Sag mal, ähm. Rätst du echt die ganze Zeit mit der Karte rum? Ja. Bist du hässlich. Du hast oben was vergessen? Ne. Oder deckst du nicht für mich wieder auf? Ich steck meine Karte auf. Ach so. Das ist auch blöd. Normalerweise müsste man das zusammen aufdecken, aber okay. Okay. Auch ein kleiner Mankofleck. Dann würde ich sagen, nach oben drücken. Und wir haben jetzt die Ölflasche und haben den Rest gelootet. Und dann gehen wir mal raus hier. Alles klar. Äh. Da steht ja was. Use Inventory Objekt Toggle Character Select. Ach ne. Das war zu schnell. Okay. Muss ich gleich nochmal gucken. Bitte. Was wolltest du jetzt eigentlich wissen? Ja. Ich hab ja unten so Dosen, Wasser. Ich wollte das hin und her switchen. Weißt du? So. Gucken wir erstmal in unser Inventar. Was ich alles machen kann. Und zwar Handwerk. Wir können ja wieder ein Paar-Verband oder einen Verband machen. Und ich kann noch einen Bogen craften. Das ist ja Quark, oder? Noch einen Bogen craften. Kann man denn für andere mit craften? Kann ich denn Sachen aus meinem Inventar rauslegen? Also wenn ich jetzt sag hier, ich will den Stock hier. Kann ich den dann einfach. Hm. Ähm. Ich will den Stock hier zum Beispiel nicht haben. Kann ich den dann dann rausschmeißen? Ja. Ah, ich hab was herausgefunden, wie wir Pfeil und Bogen bekommen. Wir brauchen eine Machete. Damit wir dann, äh, upgraden können, weißt du? Ach so. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wie ich Sachen aus meinem Inventar kriege. Ähm. Was genau möchtest du? Du hast doch jetzt... Den kannst du doch reinziehen auf den Charakter. Oder was möchtest du? Nee. Ich will den rausschmeißen. Weg. Du meinst, ähm, aus deinem Inventar komplett entfernen, oder was? Richtig. Äh, gedrückt halten und dann ins Freie ziehen, oben? Nee, geht auch nicht. Hm. Guckt mal nicht raus. Naja, egal. Es gibt ja noch ein extra Inventar, wenn du C drückst. Naja, da ist aber auch nix. Das ist ja kein extra Inventar. Ich hab jetzt auch Knöppel mit Nägeln und so. Doch, guck mal. Ach hier, das extra Inventar ist dann für die Base. Aha. Hier kannst du zum Beispiel ein Haus bauen. Hier eine Truhe kannst du bauen, so rum. Dann kannst du hier eine Waffenkammer bauen. Ist ja krass. Du hast jetzt sozusagen... Hier kannst du doch die Übersicht. Ist ja cool. Okay. Gut, dann spreche ich hier mal den Kovac an wieder. Kann ich? Ja, du kannst ja dann in der Inventar weiter rumfuchsen. Aber ich mach mal. Perfekt. Du hast das Zeug gefunden. Und ohne allzu viel Schaden zu nehmen. Man könnte echt glauben, du hättest bereits mein Überlebenshandbuch gelesen. Egal. Jetzt kümmern wir uns mal um diesen, äh, sagen wir mal den Deiten Mechanismus. Kannst du mal das Öl in den Lüftungsschacht schieben? Zack. Ist die vielleicht heruntergefallen. Danke. Ich werde das verdammte Ding damit sofort entriegeln. Kommt durch die Falltür zu mir runter, sobald sie sich öffnet. Falltür wird entriegelt. Und? So. Ähm. Die öffnet sich nicht, aber man kann jetzt hier rein. Wilbano? Hallo? Ja, ich bin da. Dann gehen wir rein da. Es geht ja endlich weiter. Geil. Okay. Ähm. Bei mir ist es aber nicht offen. Muss ich wieder so beitreten irgendwie? Nee. Muss ich dann auch ansprechen wahrscheinlich, hä? Ich verstehe das nicht, warum das bei dir nicht weitergeht. Naja, das ist alles ein bisschen einzeln, hä? Äh. Erste Sortierung der Stadt. Eignungstest habe ich noch. Das haben wir aber alles. Kann ich jetzt da rein? Ist die Sortierung? Jetzt kann ich rein. Den Bunk. Ich muss auch immer anquatschen noch. Achso. Ja. Na gut. Hallo, da bin ich. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hm. Da könnte ich mich ja auch... Oh, da hinten ist was. Da liegen Bauteile rum. Die hole ich mir mal eben. Ah, das ist Kovac. Den sprechen wir aber noch nicht an. Also irgendwas war mit dem im ersten Teil nicht so ganz koscher. Das weiß ich noch. Mit dem Kovac oder was? Mhm. Aber wie gesagt, das ist irgendwann... War halt Safe Game Bug und haben es nicht mehr zu Ende gespielt. Machen wir es alle um. Wer uns betrügt, muss sterben. Kennst das System doch. So, was haben wir da? Ah, da hinten ist auch noch ein Pissoir. Naja, ist schon eine kleine Base hier unten. Pumpifreie Base. Hm, guck mal. Hamsterräder. Da kannst du Strom mit erzeugen. Sind da echt Typen drin, die dann da rennen oder was? Krass. Da ist auf jeden Fall einer zum Ansprechen. Ja, noch nicht. Was ist denn hier das Sprechen? Ich kann hier auch noch was sprechen. Hier ist auch noch was zum Sprechen. Ja, ich guck grad auf die Map. Wir haben zwei Aufträge. Ja, zwei Aufträge. Das Funkgerät. Ich denk mal, der Kovac ist bestimmt Hauptauftrag. Ja, und das Funkgerät ist Nebenmission. Dann machen wir erst die Nebenmission, oder? Oder ich jetzt dafür. Oder wir nehmen sie doch einfach beide an, oder? Keine Ahnung. Ich denke mal... Ach nee, man muss ja danach quer reinrutschen. Hm, okay. Ja, dann gehen wir gehen. Dann würde ich sagen, dann gehe ich mal hier hin und spreche mal an und lies euch mal wieder vor. Punkt, Punkt, Punkt. Was, was? Fressen oder gefressen werden. Benötigt Stufe 5. Okay. Nee, das dürfen wir noch nicht. Wir sind noch Stufe. Wo, oder? Ich guck mal, was wir sind. Steht denn das? Äh, 1. Stufe des Camp 1 steht da. Nee, das ist aber Stufe des Camp. Stufe des Charakters 1. Ja, wir müssen erst mal das Camp aufbauen und dann dürfen wir andere Sachen machen. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir mal den Kovac an hier. Wovac? Und ja, dann mal baff. Endlich sehe ich dich als in Person. Willkommen in meiner Hütte. Ja, juhu, hallo, hallo, hallo. Ach so, erste Einrichtung. Okay, dann wollen wir mal draufklicken. Ich hab's dir doch schon mal gesagt, dass es gefährlich ist, inmitten einer gefährlichen Umgebung nicht zu trinken und zu essen. Aber es gibt noch etwas, das mindestens genauso gefährlich ist. Negative Gedanken und fehlende Perspektiven. Und um das zu bekämpfen und einen wohlgeordneten Kopf zu haben und ganz nebenbei deine Ausrüstung zu verbessern, brauchst du ein Camp. Und jedes Camp, das diesen Namen verdient, hat zuallererst mal eine Truhe. Selbst wenn sie hässlich ist. Ohne eine Truhe kannst du nichts von den Dingen unterbringen, die du so hier und da findest. Jetzt erkläre ich dir mal, wie man eine richtige Truhe baut. Dafür braucht man Holz, Bindematerial und Stoff. Holz und Stoff findest du an diversen Stellen im Wald. Seile auf der anderen Seite. Sie sind hier eine Seltenheit. Ich würde dir empfehlen, am Rand des Sumpfes danach zu suchen. Es gibt eigentlich immer welche. Und es sei denn, diese anderen Typen haben schon alles mitgenommen. Der treibt sich oft im Sumpf herum, wenn er sich nicht gerade mit seinem Bruder kloppt. Aber egal, such das Zeug zusammen, das du für eine Truhe brauchst. Und nach deiner Rückkehr können wir sie dann bauen und für dich herstellen. Äh, hinstellen, so rum. Also, gut. Äh, wir haben wieder, äh, du könntest wieder hochdrehen auf 6. Ich würd sagen, wir lassen es auf 3, ne? Äh, jedes Camp bla bla bla, großes Holz, 5 Holzstücke, 5 Stoffstücke und 3 Flächseile. Na gut, dann wollen wir starten. Die nächste Mission starte. Jetzt. Ich komme in. Überfälle. Überfälle. Überfälle, erste Einrichtung. Es regnet. Okay. Ja. Also es ist jetzt voll die Suchermission, hm? Oh, ja. Wo ist er denn? Okay, ja. Da ist was. Ich hab schon was. Ich hab schon was. Hier gibt's auch was. Was sollen wir denn hier und so ein Flächseile? die lütte die morbo statt die schweizung gut eine lemo dose in dem euro über die oren aus dem euro an mir wer so der so der essen trinken anzeige direkt auf dem bildschirm lieber ehrlich gesagt ja muss immer wieder kontrollieren irgendwie stimmt das wäre eigentlich schon ganz vielleicht kann man das ja irgendwie umschalten müssen wir dann vielleicht noch mal einlesen doch ich hoffe grad wieder ein zombie hier die haben gar keine chance irgendwie sind ja sowas von und armreif habe ich dann muss ich mal ganz kurz einsetzen meine freunde ihr wisst ja ich trage da gerne mal ein bisschen schmuck erforderliche stufe 5 na klar alles klar ja bei mir am fenster hat gemaukt katz und ich dachte das ist jetzt hier um spieler katzen kommen die spieler katzen die gila katzen oder ist ein sumpf weiß ja was passiert wenn man im sumpf ist ne ja da kommen richtig viele hässliche viecher sagt er ich kann da auch junge weißt sie zusammen so holz das haben wir schon ein bisschen ich denke mir mal eine stimmung mit der holz mit der kiste kann man dann unsere unser inventar dann auch lernen ja das besser ich habe so viel zeug zumindest so stoff sachen kann man da reinschmeißen da kann man dann sagen ja dass das das kann man wenigstens die sachen dann zusammen nehmen und kräften wirst du bäm junge bäm 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 ich habe schon echt viele umgebracht also hier ist deutlich mehr als bei den anderen die rennen richtig förmlich hinter mir her ein ich habe auch hunger auf zombie warum bist du ein zombie ab und zu was haben wir denn stoffstücke haben wir fünf wir brauchen noch hohes holzstück und flechtseile ok alter da hast du aber eine ganze familie angerufen dass die mal vorbeikommen hier alter schwede die wollten fest mal aus dem machen ja problem alle weggeknüppelt hier ach ich meine da konnte gerade die treppe nicht hoch okay aber da ist ein flechtseil noch eins oh 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 jetzt hätte ich dich fast verprügelt der kam nämlich so angerannt habe ich nämlich gedacht dass wir ein zombie jetzt hast mir auch erschreckt bist du da hinten über die brücke hinter dir ist ein hässlern bist du da hinten überhaupt schon über die brücke drüber ne da bin ich noch nicht drüber wir brauchen noch wir brauchen nichts mehr ja wir haben wieder jetzt können wir gleich eine kiste zusammen bauen und zwar die schatzkiste da ja ich werde das sumpfgebiet noch leer warst du schon über die brücke nee aber hier sind drei stück muss man aufpassen brücken knüppel man also ich habe jetzt eh mehr schaden durch meine geile waffe ich gehe ich ein bisschen aufgestockt habe ausdauer anzeige aufpassen hier ist wie beim wrestling irgendwann sagt er dann der stock ist so schwer der stuhl ist so hart muss alles lässt er dann fallen aber kann direkt durch den sumpf laufen auch so los und mit cornbeef habe ich mir jetzt rein danke und eine limo die wirkt jetzt zwölf sekunden ein bisschen was energiehaftes rein schütten ein schokoriegel habe ich sogar kann ich aber nicht verwenden also ich bin satt ich bin voll satt jo cool ok dann gehen wir mal weiter einmal hier direkt auf das gesicht und da er hat was fallen lassen also direkt durch den sumpf laufen können na klar wenn die zombies natürlich kennen dann können wir das auch dauert halt nur da bist du voll langsam ach die lampen sind ja menschenkörper bisschen eklig aber ja ach man die leuchten so schön so mein dicke fette knüppel axt hier ich sag ganz ehrlich ich bin gerade nicht mehr durch wo ich bin machst du ja dann musst du ab und zu mal die karte an machen ist noch mal so irgendwas wollte ich sagen du kannst auch ein mega kick mega angriff machen ne ich meine die die angriffstaste gedrückt hat dann holt er aus aber es ist leider nicht so neu ist mein freund ja hätte ja sein können dass du sagst was das ist ja das ist ja zauberei aber wenn du es schon kennst ist ja gut meine lebensenergie ist aber auch nicht mehr so die fröhliche ich bin absolut ausgelöst ausgesaugt hier muss man unbedingt nachher was zusammenbauen kann ja aus holz was machen ich finde das echt geil so wie das sich hier so die sicht halt wie sich das so verändert hier wenn man hinter dem haus läuft echt toll ja warte ja hab ich umgehauen so ist das schon alles safe ja ja dann hauen wir ab ne in der augen kommst du guck noch mal eben naja ich hab da unten noch ein bisschen was hier ist noch ein bisschen was wir noch nicht geguckt habe ich war hier oben aber im großen und ganzen sollten wir es selbst den letzten teil der map die machen wir hier glaube ich mit karte ab da ist noch ein zombie da aber ich komme nicht dran ne der hängt fest im baum ne das ist vorbei eigentlich na von mir aus können wir dann ins camp also ich habe alles das einzige was ich brauche ist um die heilung deswegen werde ich als nächstes in meinen upgrade korb wenn ich die nahrung vollgemacht habe werde ich mir irgendwie die heilung regeneration irgendwie erfinden oder sowas ja du kannst doch bestimmt sowas updaten dass du mir einstecken kannst oder sowas aber lieber immer eine frage so vielleicht für die zuschauer die interessiert vielleicht auch warum bist du denn bei diesen lp heute so ernst ich bin nicht ernst ich finde das echt interessanter spiel das macht mir echt spaß das ist halt so das ist mal so ein bisschen überlebung weißt du so überlegen überleben überlegen ja ich bin raus ja also hab alles erkundet die karte ist abgearbeitet voll dich löchert wie sieht's denn aus mit meinem trinken und essen bin ich fertig am besten gehst du zuerst raus ich weiß ja nicht was passiert wenn ich rausgehe ob das dann okay wir haben alles eingesammelt und dann würde ich sagen beenden und da ja und da würde ich auch sagen dass wir damit auch gleich unseren part beenden haben denn die zeit ist wieder rum wir sind schon wieder überfällig meine lieben freunde oh dann mache ich das sofort wenn ich in der stadt bin hier du kannst doch schon im ladescreen schon beenden ja meine lieben freunde dann würde ich sagen habt ihr alle gesehen ja bei uns der gemetzel und dann würde ich einfach sagen wir sind beim nächsten mal wieder vergesst auf jeden fall nicht beim abo beim onkel zu beim abo zum onkel zu gucken ja beim onkel zu abonnieren dass ihr dann noch weitere folgen gucken könnt und er hat dann auch viele andere projekte oder schaut mal bei uns an wie wir eh zusammen vorbei ist richtig geil und schaut nebenbei auch und was heißt nebenbei schaut auch unbedingt bei revano lp vorbei denn dort gibt es auch noch mal andere let's also jetzt zurzeit gibt es viele die wir doppelt machen aber es gibt dann später auch noch andere let's plays die bei ihm nur laufen und bei mir dann eben nicht also ihr solltet ihn auf jeden fall auch unbedingt mit abonnieren oh ja und wir werden ja sowieso noch jede menge raus kloppen für euch meine freunde das wird auf jeden fall noch ein richtiger spaß ja und dann würde ich sagen in diesem sinne wünsche ihnen einen schönen tag und wir sehen uns bei der nächsten folge von auto survive 2 bis dann